Die haben ihm immer zugehört, wenn er Sex hatte. Über uns. Junge, der ist ja ganz schön ausdauert. Hm, das sollte mir mal wieder fahren. Du bist so laut und hemmungslos wie die Darstellerin in einem Pornofilm, Laura. Du bist Ehens Spielzeug. Auf seine bloße Berührung reagierst du mit schreien extatischer Lust. Keine Frau in der ganzen Menschheitsgeschichte hatte je besseren Sex als du mit ihnen in meiner Fantasie.